Hallo an alle Zuschauer und Abonnenten meines Kanals. Eigentlich wollte ich euch heute ein Fahrvideo Baureihe 120db zeigen, aber mir sind komische Dinge dazwischen gekommen. Aber seht selbst, keine Angst, ich habe diese Beleidigung fürs Auge nach Beendigung der Aufnahmen wieder entfernt. Hier seht ihr die erste Aufnahme des Projektes Altstadtberg. Es wird noch ein Bauvideo folgen. Der eine oder andere mag sich jetzt natürlich immer wieder fragen, warum meckert der so über dieses Licht. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied anhand dieser beiden Steuerwagen. Der linke Steuerwagen hat noch den alten Schleppschalter, hat noch die alte Schleppschaltermechanik und die alte Beleuchtung mit gelben LEDs. Der andere Steuerwagen hat nicht mehr den Schleppschalter. den habe ich einen Funktionsdecoder verpasst und dabei gleichzeitig die gelben LEDs gegen warmweiße LEDs ausgetauscht. Ich glaube man sieht den Unterschied doch recht deutlich. Das weiße Licht wirkt wesentlich angenehmer als dieses Pipigelborange Möchtegernlicht. Baygela Bischöppschalter und die Abiturtegern, über die Abiturtegern, von der Schleppchen unter der Schleppchen unter der Schleppchen, von der Schleppchen, von der Schleppchen, von der Schleppchen in den Schleppchen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020